Oh mein Gott! Wo läuft das hin? Das macht es auch gut. Hilfspunkte! Servus Leute, was geht? Willkommen zum Part 2 mit der Eintracht-Spielerin. Falls ihr Part 1 noch nicht gesehen habt, das Skill-Battle findet ihr hier oben in der Infokarte verlinkt. Wie versprochen gibt es heute eine Challenge und zwar eine kleine Zielgenauigkeits-Challenge und auch noch eine First-Touch-Challenge. Die Regeln gibt es jetzt gleich im Video, deswegen viel Spaß dabei und let's go! Wir haben eine Challenge Nr. 1. Direkter Eckball. 5 Versuche. Jeder der reingeht, gibt einen Punkt. Die Frage ist natürlich direkt, wo du damit aufsetzen. Ich würde sagen, leg es mal vor. 5 Schüsse. Let's go! Das ist schlecht. Man geht's ja nicht von Ordnung. Das ist richtig ein Punkt. Ja, klar. Ja, wir gehen. Du hast diese Stimme aus. Die Stimme aus. Die Stimme aus. Die Stimme aus. Okay, noch zwei Schüsse? Ja. Okay, das ist jetzt hier geschnitten. Ich weiß nicht. Ich sehe da noch. Das ist die Party. Die ist gleich verkehrt. Das ist ganz schön. Okay, Leute, mein Turn. Ihr habt gesehen, Taktik ist natürlich hier zu passen. Aber es ist unfair. Es wird auch nur einen von hier gemacht. Deswegen erstmal von hier vorne. Ich muss rein zu durch zwei mindestens schaffen, um die Challenge zu gewinnen. Sonst ist es verloren oder ungeschieden. Heute? Hei, bitte. Jalle, kurz auf eine Brechung. Schuss Nr. 1 war drin, oder? Okay, war drin. Okay, Schuss Nr. 2. Okay, jetzt mache ich den hier. Taktik. Oh, den verschenkt er. Okay, welchen nehme ich? Und den. Ich habe es noch? Zwei, oder? Genau. Okay, Leute. Es muss noch ein Treffer, sonst ist es bei unten schief. Von den Schienen wäre auch nicht schlecht. Aber nicht so gut. Okay. Letzter Schuss, Leute. Letzter Schuss. Spannung will ich mal brauchen. Okay, Leute. Challenge Nr. 1. 1 zu 1. Ja, Leute. Challenge Nr. 2. Auch nochmal Zielgenauigkeit. Und zwar fünf Schüsse. Hier seht's. Am 16er aufgereiht. Wer mehr Treffer auf die Crossbar hat. Logischerweise. Let's go. Okay. Schuss Nr. 1. Weißt du, wer fünf am Stück geschafft hat? Davy Selke. Davy Selke. Ja, stimmt. Okay. Grüße raus an Davy Selke. Ich mache jetzt auch fünf. Ich mache jetzt auch fünf. Ja. Oh. Oh, komm. Zweiter muss noch. Zweiter. Komm, komm. Es hat so gut angefangen, aber auch so stark nachgelassen. Ja. Uh, Blitzstart. Einer hat sie schon. Okay, okay. Wo läuft das hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es macht fünf von fünf, okay? Ja, ist gut. Oh, okay. Zwei, eins. Challenge geht leider. Leider auch verdient. Nicht an mich. Let's go. Klassischer Eindruck. Zwei Kontakte. Die Flanken sind Zucker. Danke. Ja. Okay, Leute. Schuss Nummer drei. Zwei. Füße. Der Plan ist vom Raum nachfragen, und ich muss eigentlich noch ein bisschen reisen. Gleich muss ich vielleicht nicht im Leben fahren. Okay. Ein Punkt. Sechs Punkte. Wreckend off, wreckend eyes, still want the act, not the ghost. Running through it with the yin and blooms. Yeah, it was already been for today's video. I have to give a shout out. I have to give a shout out. But I have to give a shout out to the Eintracht. I hope you liked it. You can comment on what you want to see. Maybe you want another video with her or with another player. That was it for today's video. I hope you liked it. If not, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and activate it. Make it good. And ciao.